weiter geht's so sofort jetzt ich mache mal was wir am schönsten machen ja hauptsächlich wir kommen wir ins neue postkastenbrief ich lauf hin ganz alte schule so wie früher die dinge zurückgekommen du bist du weißt du was ich verkauft habe habe ich auch welche drin und die haus die leine haben wir überhaupt noch quest hier sturm banktal sie nur eine die angezeigt wird die wir nicht gemacht haben dann habe ich noch eine von beruf und dann hier direkt eine welt ein stützpunkt scheiße tue ich da ja das ist die weiß man bei dem scheiß reiten wo wir da ach so die schosten und so machen mussten oder was das war ja aber wir haben glaube ich schon hier ja war nicht dann ist das ich habe nur eine hier sturm banktal das meint so ich habe aufs falsche geklickt habe tieragarde allerdings deswegen hier haben wir noch einige brenner dann genau und da können wir dann hier rüber ist auch bonus ziel ja das ist ja das ist ja die kacke hier mit mit dem boot fahren ja wo fährt das brot keine ahnung also wenn ich schon mal gemacht hätte grüße diese frage beantworten aber ich habe nie gemacht denn ich spiele dasselbe wie du hier ich lande immer auf der falschen seite über die blöden schiff naja ist egal was ich habe gewonnen so neuen stützpunkt will ich jetzt nicht auswählen einen missionen abgeschlossen kann ich nicht machen ohne schanz ach wie ich das hasse alter ich habe ich nur eine ressource die ganze zeit telefonieren aufhören wird eine ressource die da ich habe 57 ja wieso was ist das alter so zack zack damn gut da sind 100 das steht ja im hinterhof hier oder was alter was steht ja im hinterhof hier und lauert da oder was vielleicht vielleicht am fenster oder gut also machen wir da jetzt erstmal noch weiter oder ja wir fliegen jetzt da hin ja guck 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 die trägt sie auf die fliege wo da töte sie na das war daneben das hat sie gesehen ja so blöd mit so einem dünnen schalducken ja blöd ja wir brauchen ja fliegen gerade ja hatte ich aber jetzt weh im wasser toll und wir fliegen wie ist der ne brenner brenner da bla 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 ja hatte da ja naja dass die nicht auf die idee kommt dass andere leute ihre fenster aufhaben weil es warm ist und ist ja halt so schieße ich den nicht dass ich es machen ja also den herrn würde ich höchstens in die fräse hauen namen hat sich das schon wieder verstellte ich wollte nur gucken weil ich hoffe wir kommen in die neue in ihren jetzt soll es nicht mehr so lange nicht mehr eine stunde morgen games kommen ja das wird mir immer noch ich werde wohl einiges an bier trinken wir haben bestimmt höchstens zwei höchstens zu viel mit mir hier ist eine questung in meiner nähe hier ärgern von der lehrer meldet euch bei alles klar und separese wo sind sie denn schon wieder stehst du hier so war schon jetzt wo meine reitgeschwindigkeit noch erhöht ist um fünf minuten wieso ist deine reitgeschwindigkeit gewählt habe als bonus wenn man landet das ist nur da wo wir zuletzt die bienen hatten also ach so ok ich habe eine tasche ein unvergessliches mittagessen das war von letztens das war hier mit diesem apärol oder aurora borealis genau in diesem komischen ich würde das aurora borealis aufheben ich denke das bekommt man nur in der quest denke ich mir jetzt gerade weiß ich ja noch nicht also hat das wert weil jeder nur eins haben kann mit einem charakter bekommen so kommen ich gucke schon mal wohin da ist ja die habe ich ja auch schon da ist auch ein irgendwo ich hab's gut ich hab doch gesehen dass da eine ist hier ist keine weiter was ist das denn ok da ist was das bist du gehen so jetzt folgen jetzt folgst du mir ich sag das so wie ich es will also komplett unfranzösisch und so hier ist das gibt es doch nicht hier ist eine quest willst du machen ja das ist das das ist der rahm ob merkwürdige pilzling pilzring das ist das wo ich weiß wo dieser wo keiner weiß wo dieser rahm ob ist dann so hinwenden jetzt das sind hier soll das sein und du stehst wenn du hier bist hier ist auch eine höhle irgendwo aber da war ich auch schon unten was jetzt los bei mir hängt jetzt geht's weiter shit habe ich mich gerade erschrocken ach vielleicht soll man ein bisschen weniger fluchen ja hier hier ist da kann irgendwo ein loch sein oder so ja aber ich war auch schon unten da ist auch nichts zu finden ehrlich gesagt und woher weißt du dass keiner das weiß ja weil wir alle ich habe schon den eintag war ich hier mit überredet und hier sind mehrere leute rumgelaufen immer in diesem radios und haben einfach gesucht und ich war auch schon in dieser kleinen hütte hier und da findest du auch nichts erst dachte ich vielleicht gibt es hier einen gang wo es runter geht oder so ne ja das ist einfach so eine schrubbige erdhütte hier und wenn du von oben guckst hier ist auch nichts zu sehen hier ist auch kein pilzring oder hier ist ja pass auf da war ich auch schon was ist da drin nix aber ich komme ich komme trotzdem da ist geht es noch weiter ja ich weiß dass es da weiter geht da ist eine kiste genau da die gar nicht angezogen wurde wird sie angezeigt wurde ja aber du siehst hier ist der pilzring wir stehen mittendrin das sind pilze hier merkwürdiger pilzring hier steht sogar ein toter jetzt ist die frage was macht dieser pilzring kann man rüber laufen und ja guck mal jetzt ist der stern weg ja weil das einfach nur diese beknackte kiste war glaube ich deswegen kam keiner drauf das war nur die kiste das ist eine quest wo du diesen hund hast ach so du kannst ihn irgendwo hinschicken das war es sollen wir noch warten oder was nee hier ist nichts weiter guck mal du hast gesagt der ist besiegt ach so für uns ist er besiegt nein ich hab dir gesagt das war die kiste und das hier ist der pilzring hier ist nichts guck dir auch die leichen an hier liegt so ach so die leichen sind ganz normale die liegen wahrscheinlich immer hier ja gut dann haben wir das gelöst dank mir jo ist so immer ich habe gar nichts zu sagen jetzt nein musst du nicht so jetzt haben wir da kraut das meine ich wo ist denn das jetzt gerade was da so dann machen wir mal nicht fest alter ist das laut das ist auch noch so ein rockischer Räuber äh da das ist was ist was ist was ist so dass jetzt ich glaube die sind die falschen hier echt ja wir sind schon aus und aus daraus wo wir hin sollten alter alter ach ach immergeil 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 es gibt es ja umso goldi hier na hier in dem bereich müssen wir man muss auch die kisten noch einsammeln hier ne diese komische ernte ich kann ja nicht aus rauber zählen die säcke auch für dich ne also hier sind gerade viele dann könnte man die nämlich auch abschliegen ne ich müsste gerade noch leder hier ist leder ich brauche leder ja mach mal ich mache hier alle kräuter alleine ne du machst deine kräuter immer ich mache meine leder und du rennst immer so weit vor hm ich hab dich gerettet ja das war auf jeden fall nötig alter hä alter auf den hau doch nicht auf den rechner mit dem buch wieso wieso ich bin doch die kiste die ist ja eh schon so labil machst du ein krach hier da fällt mir das trommelfell weg ja und jetzt falte das aber so dass du nicht nachher das taschentum nimmst und dann irgendwie die fliege wieder in deine nase schmierst okay oh jetzt hab ich dich zerquetscht oh jetzt hab ich dich zerquetscht so jetzt ernte einsammeln äh ja äh ja äh hab ich aber nicht keine zeit für ja gib mal die nase putzen ja gib mal die nase putzen genau ja seitdem du jetzt diese fliege da in das taschentuch geschmiert hast denk ich mir natürlich ey wer weiß ja ich bitte dir ein taschentuch ja ich bitte dir ein taschentuch aber ich gelobe beim nächsten mal benutze ich ein taschentuch direkt ans mikro damit es auch jeder mitkriegt dass ich auch eins benutzt hab ne mhm Nedder Nedda 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 J加入 Nedda Naja J加入 ES hier ist wieder falsch jetzt kommt er hier die bösen du hast mich wieder gerettet ja siehste so arrogant so von sich eingenommen tja wir können ja ganz hier ist ein bonusziel ich stehe mit einem bonusziel oh man oh man da ist fest annehmen zwei stück und schnell dahin nicht mit oben lang glaube ich alter der ist schon weg da ist runter jetzt ist er wieder weg was ist das denn ich bin da ohne da ist oben da ist oben jetzt bin ich aber unten hier irgendwann laufen wir dem schon mal wieder über ich weiß kriegt er in die zahl in die zahnluke in in ich lasse zahnparkplatz in 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 Das ist hier, hier sind nämlich diese blöden Eber, wo ich zuletzt war. Da muss man unten, sind diese Erntemeister, oder ne, Rankenmeister, die sind unten, man muss runter hier. Hier? Ja, total Affenkacke. Hier? Ja, du siehst doch die... Die Punkte hier vorne müsste einer sein, hier. Was? Was? Ist wohl gerade nicht da. Rankenmeister, Rembla, und Lava, Süls, Dies. Siehst du, ich stehe doch hier gerade. Alter Schrappel. Ey, wieso hängt der mein Fack hier? Hängt der. Ja, aber das ist doch komisch. Wie geleckt die Platte. Ah, der Rambo ist hier unten übrigens drin. Den habe ich ja letztlich schon umgeballert, außer dem Baustenvieh. So, jetzt gehen wir mal zum anderen Punkt. Die müsste hier, äh, links, links. Hier ist ein Ramob. Links. Wo denn? Ich habe ja auch schon tot. Ah, verschwindet gerade, okay. Da ist kein Ramob. Da ist rechts, nicht links. Mann, hör doch zu, wo ich was habe. Halt doch deine. Du sollst hier stehen bleiben. Wieso? Weil hier gleich der Mob erscheint. Den wir mal unten warten müssen. Ich kann auch unten warten. Machst du mich wieder hier. Ist er? Ist er? Guck dir? Hm. Ich kann auch mal kicken, ne? Was hat das? Den grauen kannst du nicht kicken. Soll ich das verschwenden? Soll ich das verschwenden? Ne, ich meine, der kickt doch nicht grau. Ich habe auch nicht von grau kicken geredet. Wichtig. Hä? Hä? Zurück zurück zurück. Ähm, gib da was an. Äh, irgendwas? 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 Leute, Christoph. Da, Hauptmann, Klingstachel. Da läuft er. Siehst du den? Guck mal hier, guck mal, guck da wo ich hingeklickt habe jetzt. Bei mir, guck auf meinen Monitor. Ja. Ja. Das ist der Blubber. Das sollte er sein. Amor sein. Amor, ja. Gewicht ist das Quest. Der hat doch ein silbernes Porträt. Der gibt ja auch Ramob-Sachen. Wie so ein Knüppel hier. Und so. Mei, mei, mei. Also nichts für Ungut, aber... Ja? Ja? So, jetzt machen wir mal einen anderen Vogel hier. Der ist natürlich... Tote. Tote. Der ist nicht mehr am Leben. Weißt du, was das heißt? Dass wir warten müssen. Dass wir warten müssen. Schande über das Land. Äh. Streitgrün. Streitgrün. He. Oh, ich heil dich. Ist es gut? Ist die Heilung gut? Ja. Was ist gut? Was ist gut? Ey, du raffst auch nichts mehr, ne? So. Ja, kommst du spät, Junge. Ich hab auch noch so ein Erd-Dingsbums. Also jetzt müssten wir nicht zwingend hier unten weitermachen. Weil jetzt haben wir eigentlich nur das Bonus-Ziel. Hier soll eine Kiste sein irgendwo. Aber die kann auch oben sein. Eigentlich ist ja jetzt nur alles zerprügeln hier. Ja. Hier, ich hab Leder. Ja. Ich hab Kiste. Ich hab Kiste. Alter. Alter. Fall ich da runter. Fall ich da runter. Weil da die Löcher sind. So, dann hol ich mir auch mal die Kiste. Die Ranke, äh, hinter uns greift mich nur an. Ja, dann werd ich mir jetzt auch mal die Kiste, ne? Ja, mach das. Mach ich. Ja, mach das. Mach das. Kann ich nämlich auch mal gleich den hier. Bring er weg. Ja. Was? Wo ist die Kiste hier unten, oder wo ist sie denn? Ich weiß jetzt nicht mehr. Ich denke, du hast sie gerade gehabt. Ja. Woher soll ich das wissen, wo die Kiste war? Woher soll ich das wissen, wo die Kiste war? Du hast doch nicht ganz. Ey, du hast doch gerade hier in dem Gebäsch. Wo bist du da links? Alter, da dazwischen ist sie. Alter, da dazwischen ist sie. Was ist mit dir los, Alter? Was ist mit dir los, Alter? Alter, brüll mich nicht an, Alter. Hör auf. Ey, hör auf mich zu schlagen. Schlag mich noch einmal. Schlag mich noch zweimal. Schlag mich noch mal. Ey, Alter, wenn du mich weiter schlägst. Alter. Ey. Du gehst gleich offline. Wollen wir mal gucken, ob wir die Rankensprecher drin finden? Wer? Den Rahmen, ob den anderen... Ja. Ich bin auch noch nicht ganz durch hier. Das ist ja noch das Bonusziel. Wollen wir trotzdem mal gucken. So, ich hab gleich... Bei 92... Sieh mir noch 90. Das heißt, irgendwas noch schnell umblasen. Da hier so ein Schamilzler oder so. Hier oben ist irgendwo diese Rankensprecher. Und die hab ich vorhin... Äh, was hab ich vorhin... Die hab ich letztens schon besucht gehabt. Aber ich weiß nicht genau, wo man da hin muss, ne? Mhm. Wo bist du jetzt? Wie lang? Ja, ich bin noch oben jetzt. Hinter der Hütte hier, oder? Ja, ich geh nach oben. Da geht der Wiktor drin. Oh, da ist Flugpunkt und Quest. Aber irgendwie wird er mir nicht mehr angezeigt. Ja, hatte ich glaube ich auch noch nicht gefunden. Wenn ich... Wenn ich oben bin, wird er mir nicht angezeigt. Keine Ahnung, wo das Vieh ist. Wahrscheinlich auch irgendwo unten. Vielleicht hab ich die auch schon weggemacht. Letztens mit Hyperlid. Aber... Du, frag mich was. Ja, wollen wir erst mal die anderen Quest abgeben? morab cy innovate. Dann morib uns doch.